Kennt ihr diese Fail-Compilations, wo nur so Autounfälle gezeigt werden? Ah, die find ich gar nicht mal so witzig. Also so, eigentlich gar nicht. Das ist Karma. Da seh ich mich schon eher. Karma ist ja, wenn du was Böses tust und das so backfired. Das ist Karma. Geil. Das ist Karma. Geil. 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 Oh, und es war ein cop. Oh mein Gott, Tim. Was F***? Oh, du F***. Ameh? Geil. Entschuldigung, aber so verdient. So verdient. Mit dem Gesicht, auf diesen Fatz. So verdient. Drecksblach und die Eltern lachen noch drüber. Direkt anspucken. Das verdient. Ich hoffe, die hat sich einen Zahn ausgehauen oder so. Ey, ohne Witz. Ich finde das so ätzend. Ich habe das auch in, als ich mit einer Freundin in Mailand war. Da war so ein Kind, das hat die ganze Zeit nach Tauben getreten. Und die Eltern haben drüber gelacht und so. Fick die Henne. Finde ich richtig daneben. So verdient. BATZ! Oh Gott. Okay, der war richtig gut. Der war richtig gut. Das war ein... Oh, der war... Ja, ja. Ja, ja. Ich habe hier gesehen und du siehst, die Penne ist in... Oh Gott, die ist in der Wiese. Oh, die ist da ja weiß. Wow. Wieso kann das nur einer Blondine passieren? Es kann doch nur einer Blondine passieren, oder? Oh, ist ihm irgendwas in der Tasche kaputt gemacht gegangen? Das seht ihr gar nicht. Aber das ist witzig, witzig. Irgendwas in der Tasche kaputt gemacht und läuft da aus. Fuck. Was ist da passiert? Ich habe es nicht verstanden, was da passiert ist. Ich muss es nochmal sehen. Wow. Okay. Na? Ja, Mann. Ja, Mann. Huh? Ja. Kama. Es ist ein Bitt. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Nein, hier ist es! Zwar auch kein Kamer, aber schon ziemlich witzig. Nope, that way. Karma hat so gesagt, Bruder, du bist ein Arsch geseh. Alter, Hausarrest ist totes incoming. Hausarrest ist totes ingehrt? Was? You'd be even fatter than you are right now. Na gut. Okay, that is your own fault. Das ist korrekt. Oh, ja, ja. Ah, ja, man. He's gonna fuck go on. Yeah! Ah, you fucking little bastards, not bad! Geil. Geil. So verdient, geil. Starke Nummer. Oh, wow, wow, two, three. Das war das. Wow, wow, two, three. Sen schon. Jetzt müsste der Kleine so hingehen, told ya! Das geht doch schon mal, oh! See if I can get this tree frog to jump on my son. Haha, not on me! Get on me! Alter! Oh, sowas kann ich immer ganz schlecht gucken. So Autounfälle und so finde ich immer, uh, kann ich immer nicht gut gucken. Es gibt auch so Fail-Compilations. Kennt ihr diese Fail-Compilations, wo nur so Autounfälle gezeigt werden? Ah, die finde ich gar nicht mal so witzig. Also so, eigentlich gar nicht. Ich hab' den Schädel voll angehauen. Boah! Voll den Schädel angehauen! Wo bin ich? Wo bin ich? Was zur Hölle? Was zur Hölle musst du tun? Das ist doch so ein junger Ritter, oder? Der sieht doch aus wie der Ritter in Jung. Und das ist auch so ein Hurensohn, der irgendwelche Tiere tritt. Ich hoffe, die tun sich richtig weh. Das ist doch so ein junger Ritter, oder? Bis zum Jahr! Kicken! Stop ronnin' von ihm! Stop ronnin' von ihm! Corki! Run, Betboy ReUNT! Schuss! Wow. Wow. Oh, wow. We're gonna leave you alone. It's so soft. Oh, here he goes. Oh, yeah. Oh, you're so- Oh, you- Oh, oh, oh. Yeah, you are really- Sorry, aber so verdient. So verdient. Alter. Ich habe vorhin gedacht, dass es nur Blondinen passiert. Nein. Oh, I got bit! Jesus Christ! Oh, what? Oh, f***! You are really pissing me off. I know I am. And you do this for a hobby. F***ing annoy people. Come on, you f***! Come on, you f***! Come on, you f***! Come on, you f***! You f***! Alter, Schwede! Yes! Yes! Oh. Steig. Oh, f***! Oh, f***! Oh, f***! I'm so sorry! Get ready! I'm so sorry! I'm so sorry! I'm so sorry! I'm so sorry! Oh! Was ist mit ihm passiert? Oh! Oh! Traube! Get that one out! Push this up against the roof! What the hell! Yep, just there! Yep! Now what? Now, you stay there until it drops and gets water on you! Nooo! Nooo! Oha, stark! Stark! Sehr, sehr cool! Sehr, sehr cool! Sehr, sehr geil! Sehr, sehr cool! Gefällt mir! Gefällt mir! Gefällt mir! Du! Du!